was Umschalt und Leer okay Wandlauf hätte ich nicht machen können aber okay, ja Antigravitation sicher auf den Turm Officer, wir kümmern uns um den Ehren er ach Jungs machte einen kleinen Fehler was 29 Sekunden was da los fünf Feinenden in 30 Sekunden, okay das ist ein Bonus-Ziel, ach so das ist ein Bonus-Ziel, ach so ja, fick mich doch, Alter, Bonus habe ich ja gar keinen Bock drauf was soll ich ein Bonus-Ziel machen, Alter da kack ich drauf, muss ich ehrlich sagen gut, jetzt kann ich es wieder machen, weil ich bin ich tot ach nee, tot habe ich gar nicht gedacht doch wirklich, ich bin totkinder das kann man daran ersehen daran sehen ja, ich muss es nicht auch nee, den ganzen Pils noch mal ja, es sieht, dass ich tot bin, sich nur daran dass, äh, das Spiel Neuler lädt das wollte ich auch so wenn er von einer Polizei Sondereinheit in der geschossen wäre, weil sie denken, sei dann irre weiter ich werde ihn nicht sagen ja, es gibt einen Ladepunkt, irgendwo vorhin gibt es einen Ladepunkt wenn sie nicht getötet hat ach nee, werden das gedacht erschossen was zu tot ich glaube, die Matrix hat ein bisschen ins Hirn äh, das Hirn geändert sie sind nicht meinetwegen was meinst du sie sind in Gefahr und nur ich kann ihnen helfen ja, sorry, dass du jetzt da umgehen musstest kann ich da was tun, ich glaube kaum ok, warum habe ich die Treppe jetzt gestört? man weiß es nicht ja, ich gebe es jetzt mal down wenn sie weglaufen machen sie einen Fehler so, gib mir die Granate was ist hier los? ich glaube, das sollte hier so nicht passieren egal, einfach hängt voll ich meine, so richtig voll die Kriste ja Mist, geschafft und trotzdem neue Fähigkeit geil das hat gut funktioniert, würde ich sagen mach auch wenigstens schnell weiter, Mann warum? warum bin ich runter gesprungen? die Frage ist, bin ich wirklich zu behindert oder tue ich oder so? na gut, dann halt keinen Bonus Missionsziel das wäre auch zu schön gewesen 6 Sekunden, wir haben 5, wir müssen 5 Feine töten die irgendwo 20 Meter über uns sind seems legit, würde ich sagen seems legit, meine Freunde ach was Ziel nicht erfüllt, ach nö ach nö, bitte er hätte ich ja gar nicht gedacht ey, schür die Frage ist nur, wann geht die down, warum geht die down und wie geht der down das sind die einzigen Fragen, die sich stellen alles andere das Leben sagt er nicht so, tschüss mein Freund für dich hat sich das auch erstmal erledigt dann mein Freund für dich hat sich das auch erstmal erledigt dann mein Freund warum erledigt ist es für dich nicht wird sich gleich erledigen keine Angst so, das war es erstmal für dich waa, nein jetzt darf ich den ganzen Pissen nochmal hochlaufen weil du so scheiße behindert bist alter ich hasse euch nicht zum Glück muss ich die Mission nicht nur starten wenn ich der Unterfall wie ich vorhin der Fall gewesen wäre der hätte ich ja nochmal tausendmal mehr gekotzt so, ich glaub du bist down oh, das war ne Blendgranate ja, fuck erst denken und dann drauf kloppen jetzt hab ich mich selbst geblendet, Dave fall horse ach, egal einfach den Job machen einfach weiter gehen und einfach diese Treppe nach oben wo ist die kaputte Treppe, Aldi? hallo? mir doch egal du bist auf jeden Fall dran jetzt hab ich schon wieder Waffe ich glaub die kaputte Treppe ist genau hier wie komisch, äh, Neo dann auch seine Größe erhöht äh, ja Mist sieht zumindest schon immer also sieht ja richtig scheiße aus wir rennen richtig schnell die Treppen hoch richtig schnell, ey oh fuck das hätte ich vielleicht nicht tun sollen oder doch? schön schön sie zu sehen, Anderson sehen sie, Officer er ist kein Geist nur ein Krimineller aus Fleisch und Blut es liegt also bei Ihnen, Officer tun sie ihre Pflicht nicht er kann nicht damit umgehen dann ist er hinfällig das macht alles keinen Sinn nimm die Hände hoch ich sagte, Hände hoch Hände hoch und auf den Boden sofort er hat sich ihrem Befehl widersetzt erschießen sie sie machen einen Fehler ich sagte, erschießen verdammt, tut mir leid, Anderson nimm die Hände hoch er hat sich ihrem Befehl widersetzt erschießen sie das kam mir irgendwie bekannt hast du nicht grad schon mal eine Katzchen gesagt, mein Freund? ich kann mir ja nicht schießen, Alter, warum? warum kann ich nicht schießen? Hallo, wie behindert? was soll denn das, bitte? das finde ich jetzt ein bisschen unfair muss ich ganz ehrlich sagen, so geht's nicht Hauptsache ich kann einfach mal keine Waffen verwenden mega, einfach drauf Hauptsache der Typ ist gleich kaputt und zack mega Angriff bäm waffe braucht man nicht waffe ist sowieso total dieses Gesicht, Alter vielleicht kann ich sie nicht vernichten aber ich kann ihnen den Preis vorenthalten was zum Teufel machen sie denn? er wird sie töten ich sagte ihnen ja, dass sie in Gefahr sind nein, bitte! ich bin doch nicht verrückt, oder? er sagt doch die Wahrheit, oder nicht? sie haben nicht gewonnen, Mr. Anderson ich werde ihn nicht leben lassen das ist mir egal, das wird sich noch ganz schnell ändern, deine Meinung fliegt aus dem Fenster ja, danke! warum kann ich keine Waffe einsetzen? das ist richtig scheiße jetzt ich würde, hallo, ah, warum ich geh auch einfach nicht auf den Pisser Agent Sucker Alter so jetzt kann ich auch diesen geilen Face Stomper machen also ich könnte es, wenn ich wenn ich Skelette könnte ich es so warum auch immer warum auch immer ich die Waffe gar nicht benutzen kann scheiße so jetzt hier geht auch gar nichts schon wieder mein Kommentar ist scheiße, das Spiel ist scheiße, alles ist scheiße hasse es ich bin in eine Mülltonne gefallen klar sicherlich wenn ich eine Waffe benutzen könnte, wäre es auch was ganz anderes, er ist gleich tot ja, fuck ich glaube, er sollte nicht down gehen aber ich kann auch nichts machen hier ja, er ist tot, ja fick dich doch einfach, man alles zum Kotzen hier kann ich auch schon keine Waffe benutzen, das ist scheiße ganz ehrlich, sowas ist scheiße ja, und dann bin ich auch gar nicht bereit hier irgendwie weiter zu spielen, wenn es nicht funktioniert wenn die Waffe jetzt nicht geht, werde ich abbrechen und ausmachen, weil das, 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 das geht nicht das funktioniert halt leider so nicht er hat sich ihrem Befehl widersetzt, erschießen sie ne, ne, das sehe ich nicht ein, könnt ihr vergessen also mit ihr meine ich nicht euch Zuschauer, sondern ihr, ihr beiden, das könnt ihr vergessen was nicht ok ok ok, WTF die Berichte über sie sind auf ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, weil es mir scheißegal, einfach weiter er sagt doch die Wahrheit, oder nicht sie haben nicht gewonnen ne egal, ne egal, ich habe übrigens schon gewonnen Spaß was behinderte Pisser du gehst mir übrigens richtig auf den Sack, hast du das schon gewusst? falls nicht, hier, wolltest du noch mal mitteilen ich zeig dir alle meine Finger, da puste mal, ach der mittlere bleibt übel, wie konnte das nur passieren du hast echt Pech in diesem Spiel ich bin unmöglich alter, warum geht es nicht ich krieg den, ich kann den nicht mehr mehr greifen oder irgendein Scheiß da geht gar nichts mehr jetzt warum geht der nicht mehr alter, das ist schon wieder richtig zum kotzen ja du, ihr können wir, ihr können mich mal kreuzweisen, könnt ihr mich ja mal ich habe die Windtaste gerückt, die Aufnahme wird gleich abbrechen scheiße na gut, ich glaube das war's dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, weil das wird nichts mehr oder doch, Windtaste hat doch nicht ich habe sie gedrückt, aber sie hat zum Glück nicht reagiert so, in der Luft den nehmen und dann runtercrushen geht so, den wegstoßen geht auch aber ansonsten, da geht nichts mehr oder geht doch noch was? Bäm, fängt voll in die Fresse bin gleich tot, scheiß doch drauf, alter was war das für eine geile Attacke bitte? Mega Wandattacke, geil geiler Scheiß, wirklich so war sie dann cool aber wenn nichts funktioniert, das ist alles alles andere vielleicht bin ich gleich tot dann wird's gedockt gehen ah, super nö, ich spreche jetzt ab, ist mir egal ich habe wieder genug aufgenommen für heute das war's für heute mit Let's Play The Matrix Path of Neo mit einem neuen Headset, einer hoffentlich guten Soundqualität und einem beschissenen das war wirklich eine beschissene Kackaufnahme, ey, das hat ja überhaupt nichts, hat nichts funktioniert Entschuldigung an jeden, der sich das jetzt alles hat zumuten müssen den ganzen Parts, es tut mir wirklich leid, aber weil sowas, sowas kann natürlich nicht sein wie auch immer wird man sa- w- 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 hallo? wie okay D- w- 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 Okay, das ist Kost. Da kommen noch einige Sachen, dafür habe ich das Gefühl. Okay, das war natürlich jetzt, das war jetzt irgendwie schon ziemlich cool, nochmal zum Abschluss so ein kleines Filmkönnen gesehen, schöne Sache, auf jeden Fall, diesmal jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal und tschüss.